Für mich wäre es auch eine Option, aber allerdings würde ich das auch wie Desiree nutzen, um meinen Marktwert anzutreiben, weil ich würde keine Minute verstreichen lassen und ja, ich würde nachts wirklich, wenn mir da jemand gefällt, und irgendjemand ist ja immer dabei, der heiß aussieht, hingehen und mal einen Reißverschluss öffnen, sich mal draufsetzen, wenn sie es nicht wollen, eine kleine Vergewaltigung, ich weiß es nicht. Das ist egal, aber man muss doch, das ist Entertainment und ich kann doch da nicht drin sitzen und meine Bohnen essen und warten, bis die zwei Wochen vorüber sind. Entschuldigung, ich will diese zwei Wochen ausnutzen.